Ich muss mal Geld einbezahlen. Stimmt. Eine sehr gute Idee. Das ist Geld. Auszeichnung. Ausgezeichnet. Okay. Wow. Dieser Auszeichnungsname. Sehr tief. Aber Sandy Shaw, seit Dank steht hier natürlich kein Flieger rum. Ich muss ein bisschen was ausprobieren. Ich könnte die Heizung noch ein bisschen runterdrehen. Fingst nicht. Alter, ich wollte damit losfliegen. Mein Heli ist übrigens noch ganz. Der hätte ich mir irgendwie cool gemacht. Ich bin alles aufgetaucht. Er hat das sogar überlebt. Natürlich habe ich das überlebt. Wo fahren denn die NPCs hier bitte? Die sind sogar überlebt. Die sind halt ein bisschen rotig von uns. Direkt von MG und so weiter. Wir sind nicht gewohnt, dass da mit so einem fetten, äh... Also ich erlebe das täglich. ...Growing-Vulture, was weiß ich, was es ist. Ich erlebe das täglich. Wenn ich schon auf der Autobahn bin. Wenn ich schon auf der Autobahn bin. Wenn ich schon auf der Autobahn bin, dann... Und du wundest dich, warum gehe ich aus hier? Christian, du beschreibst also gerade Alltag auf der A6? Ja. Auf 40. Da auch. Cool. Das Zeug aus dem Plumpsklo. So fängt mit der Physiker jetzt nicht so ähnlich aus. Blau das Gold. Du, die kriegen jetzt eigentlich nur Beute. Scheiße. Hörs mal vor, du. Die gucken da jetzt nicht rein und dann sind die Psychiker so scheiße. Dann Serie A Vorbereitung. Ah! 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 Oh! Doch, nötig. Ich kenne ja doch nur Kettel. Was soll das jetzt heißen? Mit dem Backen? Arschen! Rückwärtsgerang? Dein Flugzeug ist bei kein Rückwärtsgerang. Damit man mal zurückfliegen kann. Oh shit. Jetzt muss ich verändern. Ich schreit mir nicht. Ich setze dann immer mal ein Stück weiter zurück. Du, 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 du. Aber das entspricht hier schon fast deutschen Luftwaffe. Wenn du mit drei Leute... Du lebst immer noch. Jaa. Hast du mich überrascht. Ist zwar ein bisschen ungemütlich hier aber ich lebe noch. Wir müssen das jetzt mit drei Leuten weitermachen, weil der Dings zu dreck ist. Aber du bist uns so wenig wert, wir nennen dich jetzt aber nur noch Dings. Lass mich zurück und nenn dich Dings. War das gar kein Haste? Alter was? War das nur eine Mission? Guck mal da, 24 Kills. Was ist das? Was ist das? Das war eine Mission. Was? Alter das war die Bekloppsvision ever. Ja.